Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal von Spezialisten für BMW und Mercedes. Wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt auf unseren Kanal, bekommt jede Woche Videos zu den beiden Marken. Wir stellen euch Probleme, Krankheiten von den Fahrzeugen vor, Modifikationen, Nachrüstungen. Genau wie heute, das ist ein BMW X1 F48, 16er Baujahr, also ein relativ neues Fahrzeug. Der Kunde ist wegen einer Rückfahrkamera hier. Der war bei BMW, BMW kann ihm keine Kamera nachrüsten. Es gibt keinen Nachrüstsatz für das Fahrzeug, deswegen ist er zu uns gekommen. Wir haben hier eine original BMW Rückfahrkamera nachgerüstet, wie vom Werk. Die funktioniert komplett autonom, das heißt, sobald der Rückfahrtsgang eingelegt wird, geht die Kamera an. Das Fahrzeug ist komplett updatefähig, das heißt, die Kamera ist diagnosefähig, das Auto kann zu BMW abgedehnt werden, ohne Probleme, wie vom Werk es bestellt wäre. Die Kamera ist, wie gesagt, hier original verbaut in der Heckklappe. Es existiert leider kein Nachrüstsatz von BMW für dieses Fahrzeug. Das heißt, es gibt keinen Kabelbaum, den man kaufen kann, den bauen wir hier vor Ort selbst. Es gibt zwar die Kamera, die kann man natürlich kaufen, aber alles andere, was man dafür braucht, ist leider bei BMW nicht lieferbar. Wenn ihr euch denkt, dass man vielleicht einen anderen Nachrüstsatz kaufen kann von zweier BMW oder anderen Fahrzeug, habt ihr falsch gedacht. Es gibt zwar einen, aber der ist natürlich auch nicht lieferbar. Deswegen haben wir uns ein bisschen gequält mit dem Fahrzeug, aber hat alles vollkommen funktioniert. Die Kamera ist integriert, alles so verkabelt, wie es sich gehört nach dem Schallplan und wie so eine Kamera auch vom Werk verkabelt wäre. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das genau aussieht, wie die Kamera funktioniert mit beweglichen Linien und auch den Hindernismarkierungen. So, die Kamera funktioniert ganz normal. Das heißt, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen, dann kommt natürlich das Bild. Wir können das Fahrzeug im Endeffekt ganz normal bewegen mit beweglichen Linien. Auto läuft jetzt nicht, das kann ich hier ganz kurz ändern. So, bewegliche Linien, ihr seht, die bewegen sich. Wir haben Hintergrundmarkierungen, die uns alles letztendlich anzeigen. Man kann das ausschalten, einschalten, wie man möchte. Beides oder halt eines von den beiden. Wie bereits erwähnt, ist alles komplett updatefähig. Das große Problem an der ganzen Geschichte, es gibt nicht nur Nachrissler, sondern es gibt noch nicht mal die Stecker. Es gibt nicht die Kabel, es gibt wirklich gar nichts. Das einzige, was es gibt, ist die Kamera. Und alles andere, was man dafür braucht, kann man sich dann entsprechend halt selber bauen oder basteln oder wie auch immer. Deswegen ist es halt so schwierig, bei diesem Fahrzeug das zum Laufen zu kriegen. Machbar ist das natürlich, deswegen, wenn ihr so ein BMW X1 habt und ein anderes Fahrzeug, sprecht uns gerne an. Wir bieten immer verschiedene Möglichkeiten von Nachrüstungen, sowohl original als auch eine Zubehörlösung. Deswegen, je nachdem, welches System da am, sagen wir mal, bezahlbarsten ist. Natürlich ist das Original immer am besten. Wenn diese Möglichkeit besteht, empfehlen wir natürlich immer, original zu bleiben. Denn, wenn man das Auto irgendwann verkauft, ist es immer besser, wenn dort eine Originallösung verbaut gewesen ist. Ja, heute ein kurzes Video, weil der Kunde wartet schon, möchte das Fahrzeug natürlich abholen und in den Genuss seiner Rückfahrkamera kommen. Ja, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Abonniert unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, welche neuen Videos von uns rauskommen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.